Hallo, ich bin Elie Jenix und das ist der zehnte Part meiner Werwolf-Challenge. Viel Spaß! Wir sind heute wieder zurück bei unserer Iana und bei unserem lieben Joa Ro. Aber sehr, sehr bald werden wir nicht mehr zu zweit bleiben. Und zwar ist unsere Iana schwanger. Wie wir im letzten Part erfahren haben, wird sie ein Mädchen bekommen. Danke übrigens für eure ganzen Namensvorschläge. Die Entscheidung ist mir wirklich, wirklich schwer gefallen. Aber ich habe mich entschieden. Und wenn alles nach Plan verläuft, dann wird das kleine Mädchen auch schon in diesem Part auf die Welt kommen. Aber bevor wir rein starten, noch eine kurze Erinnerung, denn bald ist es soweit. Am Sonntag, den 18. September, findet mein 10-Stunden-Stream auf Twitch statt. Dort wird es jede Menge unterschiedliche Spiele, Gewinnspiele und Challenges geben. Unter anderem brauche ich für eine Challenge Sims von euch. Also wenn du das Video dazu noch nicht gesehen hast, dann blende ich dir das jetzt hier rechts oben ein. Aber auf jeden Fall starten wir jetzt gleich ins Spiel. Und hier sind wir wieder. Unsere Iana ist gerade unglaublich energiegeladen, weil sie ein aktiver Sim ist, weil sie beim Ultraschall war und dann noch, weil sie im dritten Trimester ist. Genau, sie ist jetzt schon im dritten Trimester und es steht nur mehr Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Also es kann sich nur mehr um Minuten handeln. Gut, das heißt, wir werden uns jetzt schnell um unseren Joru kümmern. Wir werden ihn einmal streicheln, mit ihm spielen und dann werden wir eine kurze Strecke mit ihm spazieren gehen. Denn ich habe keine Ahnung, wie wir das dann machen sollen, wenn das Baby auf der Welt ist. Vor allem, wenn sie sich die ganze Zeit in einen Wehrwolf verwandelt. Keine Ahnung, wie das dann gehen soll, dass uns das Baby nicht abgenommen wird. Ja, also falls ihr da irgendwelche Tipps für mich habt, schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Am besten sollten wir so schnell wie möglich Lou einziehen lassen. Der hat seine Wehrwolffähigkeiten ja schon besser unter Kontrolle. Und da wäre es vielleicht eine sehr gute Idee, wenn er auch bei uns wohnen würde. Ja, zwischen den beiden läuft es übrigens sehr, sehr gut. Nur er hat sich letztens ja nicht so über ihre Schwangerschaft gefreut. Also deshalb war ich ein wenig skeptisch. Ihr habt aber alle gemeint, er braucht ganz sicher nur ein wenig Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Deshalb ja, warten wir einfach ab. Und vielleicht, wie gesagt, sollten wir ihn gleich bitten, dass er bei uns einzieht. Und das könnten wir eigentlich schon in diesem Part machen. Ich glaube, das wäre gar nicht so blöd. Dann könnten wir auch das Haus noch ein wenig umbauen. Also ihr habt mich darauf aufmerksam gemacht. Ich war nämlich besonders schlau und habe die Badewanne hier oben platziert. Und jetzt können wir Joaru erst wieder nicht baden. Das heißt, es wäre sehr, sehr gut, wenn wir hier eine Treppe haben, die nach oben führt. Und außerdem könnten wir uns dann auch schon den Verkaufstisch uns so kaufen, dass wir einfach schon mehr Geld haben und für unser nächstes Haus sparen können. Eigentlich könnte Lou dann sogar einen Job annehmen. Immerhin ist er ja nicht die Hauptperson der Challenge. Also schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Weil dann könnten wir in dem Part jetzt Lou einziehen lassen. Und dann im nächsten Part oder so könnte er einen Job annehmen. Dann hätten wir ein bisschen mehr Geld, dann wäre das Ganze ein bisschen einfacher. Denn wie gesagt, ich möchte ja so schnell wie möglich umziehen. Und da brauchen wir jede Menge Geld. Und naja, mit Geld läuft es in diesem Spielstand nicht so gut. Okay, dann lassen wir ihm einmal die Liebe spüren, geben ihm ein Leckerchen und werden ihn an der Lieblingsstelle kratzen. Und dann werden wir aber auch schon wieder nach Hause gehen, dann kann sie einmal auf die Toilette gehen, dann werden wir die Badewanne reparieren und dann kann sie schlafen. Immerhin müssen wir ausgeruht sein, denn wie gesagt, keine Ahnung, wann das Kind auf die Welt kommt, aber es wird nicht mehr allzu lange dauern. Äh, okay. Iana hat sich jetzt leider in einen Werwolf verwandelt, bevor sie zu Hause angekommen ist. Ist das beabsichtigt? Soll so ein schwangerer Werwolf aussehen? I-I, was ist das? Ich weiß ja nicht, ob das so sein soll. Jetzt ist sie auf jeden Fall aufgebracht. Randale wegen exzessiver Wut. Und dann noch der Ruf des Mondes. Oh, wir haben gerade Vollmond. Na, das erklärt, warum sie sich jetzt verwandelt hat. Warum stinkt Joru so? Stinkt er überhaupt? Okay. Keine Ahnung, auf jeden Fall heult er mit. Oh, Joru, du bist so süß. Und Iana ist mal wieder am Laufen. Ja, wie immer, das ist ja nichts Neues. Werden wir ihre Reise als Werwolf im Schnelldurchlauf begleiten. Sie hat ihren Kühlschrank zerstört. Sie buddelt jetzt im Boden. Sie hat einen Kieferknochen einer gezähmten Kuhpflanze gefunden. Und ich glaube, gerade ihren Computer zerstört. Sie buddelt wieder im Boden. Jetzt macht sie nichts. Ich werde mal probieren, die Kontrolle zurückzuerlangen. Ich hoffe, wir schaffen es. Ja, es hat funktioniert. Das hat noch nie beim ersten Versuch funktioniert. Aber sie ist noch immer wütend wegen schlimmster Kopfschmerzen ever, weil sie sich von einer Werwolfwüterei erholt. Und ich muss überwintern. Okay. Ja, gut. Iana, ich würde zwar gerne sagen, ruh dich aus, aber nein. Du hast alles kaputt gemacht und musst jetzt alles reparieren. Es tut mir sehr leid. Aber in Wirklichkeit tut es mir nicht leid, weil du bist zu 100% selbst schuld. Joao hat sie auch einfach draußen gelassen und er stinkt oder... Vielleicht stinkt er auch nicht. Doch, ich glaube, er stinkt. Iana ist gerade dabei, alles zu reparieren. Und Lilly und Iana sind gerade gute Freunde geworden. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber sie hat jede Menge Sachen gefunden, die wir jetzt verkaufen können. Kieferknochen einer gezähmten Kuhpflanze verkaufen wir. Dann können wir gewöhnliche Tuning-Teile verkaufen. Und das Teil für Küche können wir auch verkaufen. Sehr, sehr gut. Dann werden wir das noch plündern, dann wegwerfen und dann hier auffischen. Dieses Teil können wir dann auch noch verkaufen. Und ich glaube, jetzt ist es dann an der Zeit, dass wir Lou anrufen. Also ich weiß, es ist noch sehr, sehr früh, aber ich möchte, dass er jetzt gleich bei uns einzieht, damit wir das Haus ein bisschen, naja, sagen wir Babyproof machen können. Weil so kann einfach kein Baby hier leben. Das geht einfach nicht. Sie ist auf der Toilette, dann machen wir ein kleines Nickerchen. Und dann wird sie Lou einladen. Hier. Oh, er ist sogar hier. Alles klar, dann können wir ihn eigentlich einfach herbeirufen. Okay, ich habe es endlich geschafft. Lou ist bei uns. Das war irgendwie schwerer als gedacht. Und wir werden... Oh, wir können gar nichts machen, weil sie ist für alles zu wütend. Dann werden wir ihm ein sarkastisches Kompliment machen. Und dann werden wir ihm eine Massage anbieten. Immerhin sind das die einzigen Optionen und ist ja ganz okay. Dann machen wir einfach nur das. Oh, die beiden sind schon sehr süß. Dann werden wir einmal über Hochzeit reden. Ich weiß, wie gesagt, nicht über welche Hochzeit. Aber das werden wir dann einfach machen. Oh, er möchte nicht mit uns über eine Hochzeit sprechen. Er ist eigentlich nicht der netteste Sim der Welt, finde ich. Aber ihr wolltet ihn unbedingt. Deshalb gehört er jetzt zu Jana. Dann werden wir ihm einmal bitten, dass er das Baby fühlt. Ist er eigentlich mittlerweile okay damit? Wo kann man das denn schnell machen? Hier. Wir werden ihm nochmal die großen Neuigkeiten erzählen. Freut er sich mittlerweile? Er freut sich noch immer nicht. Und er reagiert schon wieder so, als hätte er es zum ersten Mal gehört. Oh, und sie ist jetzt voll traurig. Aber okay, wir bitten ihn jetzt einfach darum, uns bei der Geburt zu begleiten. Wenn er da jetzt Nein sagt, dann ist er unten durch. Ich meine, ich glaube, Sims sagen dann nie Nein, aber ich weiß es nicht. Aber wenn er da jetzt Nein sagt, dann ist er wirklich unten durch. Schön, dass du fragst. Ich werde für dich da sein. Okay. Okay, gerade nochmal Glück gehabt. Gut. Und dann werden wir ihn jetzt einfach gleich mal fragen, ob er bei uns einziehen möchte. Ich weiß, normalerweise sollte ich euch da um Rat fragen, also um eure Meinung eben bitten. Aber ich glaube, das passt ganz gut. Und dann hat Jana auch ein wenig Hilfe, wenn das Baby dann auf die Welt kommt. Und ich hoffe, er bringt einiges an Geld mit. Naja. 20.000. Okay. Dann werden wir noch die gesamte Einrichtung auf dem Grundstück verkaufen. Vielleicht haben wir dann mehr Geld. Und wie sieht das aus? Ah, so ist das. Oh, wow. Wir sind reich. Wir sind reich und Lu lebt bei uns. Das ging jetzt tatsächlich schneller als gedacht. Aber ich glaube, wir werden jetzt trotzdem noch nicht umziehen. Das geht mir sonst alles ein bisschen zu schnell. Ich werde jetzt hier nur ein paar Kleinigkeiten umbauen. Und im nächsten Part können wir uns dann ein neues Haus raussuchen. Also, falls der ein oder andere von euch ein schönes Haus kennt, das hier hinpasst. Also, ich zeige euch ganz schnell, wo ich es gerne hätte. Ich habe mir nämlich schon einen Spot ausgesucht. Also, auf jeden Fall bleiben wir hier in Moonwood Mill. Das gehört eben, finde ich, zu dieser Werwolf-Lagacy dazu. Und ich würde gerne hier hinten leben. Also, da jetzt die Familie Bolkow lebt. Hier leben irgendwie mittlerweile nur mehr Lilly und Lena. Keine Ahnung warum. Dank dem MC Command Center Mod ziehen meine Sims immer sehr wild um. Also, da lebt grundsätzlich immer überall jemand anders. Und eben hier auf diesem 40x30 Grundstück hätte ich gerne das neue Haus. Also, wenn ihr ein cooles Haus kennt oder selbst eines gebaut habt, schreibt mir gerne die AID in die Kommentare. Und dann schaue ich mir das sehr, sehr gerne an. Okay. Kann es noch immer nicht fassen. Lu lebt tatsächlich bei uns. Wie sieht das bei ihm aus? Oh, der Stammbaum ist wirklich sehr, sehr traurig. Ja, ansonsten, Abenddämmerung. Okay. Er kennt auch nicht so viele Menschen. Nur Jana, Joru und Janas Mutter? Hä? Okay, und er hat auch keinen Job. Aber wie gesagt, das können wir ändern. Und ich werde hier jetzt, wie gesagt, noch ein paar kleine Umbauarbeiten vornehmen. Also, ich hätte sehr gerne eine Treppe. Hm. Vielleicht sollte er die Treppe einfach hier rauf führen. Ich suche eine ganz bestimmte. Diese Treppe suche ich, genau. Ich glaube, diese Treppe passt am besten. Gut. Ich glaube, so passt das mit der Treppe. Ein paar Kleinigkeiten müssen jetzt noch gerichtet werden. Dann stellen wir dann den Computer doch wieder nach unten. Dann brauchen wir hier jetzt noch eine zweite Tür. Und ich hoffe, das funktioniert dann alles, so wie ich mir das vorstelle. Ich verkaufe mal die Leiter. Dann sehen wir ganz sicher, ob das hinhaut oder nicht. Und Lu, kannst du hier rauf gehen? Ja, sehr gut. Es funktioniert. Perfekt. Ich kann es gar nicht glauben. Lu lebt auf einmal bei uns. Iana bekommt gleich ihr Kind. Wir sind reich. Es hat sich so viel geändert in letzter Zeit. Aber gut. Lu, dann kannst du dich gleich mal um alle möglichen Dinge kümmern. Du kannst hier aufwischen. Dann kann Iana gleich mal Joro baden. Ich weiß nicht, warum der noch immer nicht stinkt. Irgendwie, glaube ich, haben wir den noch nie gebadet. Oh, warum ist Iana traurig? Oh, sie ist noch immer traurig, weil Lu sich nicht über die Schwangerschaft freut. Jason ruft an, also der Vater von Iana. Hallo Schatz, ich bin's Papa. Wann kommst du zu Besuch? Ich habe mir bei deiner Erziehung so viel Mühe gegeben. Du könntest zumindest ab und an vorbeikommen und deinem alten Vater sagen, dass du ihn liebst, oder? Wow, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also ihre Eltern haben sich ja tatsächlich schon lange nicht mehr gemeldet. Aber es ist ja Teil der Challenge, dass wir irgendwann wieder Kontakt zu ihnen aufnehmen. Und ich bin mir jetzt noch nicht sicher, wann der perfekte Zeitpunkt dafür ist. Also schreibt mir eure Meinung sehr, sehr gern in die Kommentare. Aber ich hätte mir jetzt überlegt, dass wenn wir dann ins neue Haus ziehen und da haben wir dann eben ein schönes, großes Haus. Sie hat Lu an ihrer Seite, sie hat dann ein Kind und eben auch Joro. Einfach, wenn sie dann schon mitten im Leben steht und irgendwie doch erfolgreich ist, dass sie die beiden dann einladet. Also ich glaube, das wäre eine gute Idee. Aber wie gesagt, schreibt mir das gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Aber auf jeden Fall sagen wir jetzt, ich kann nicht, aber danke für den Anruf. Also auf jeden Fall müssen wir die beiden bald mal einladen. Das steht fest. Joro kommt auch rauf. Das ist sehr, sehr gut. Wir könnten hier eigentlich noch ein Geländer machen. Irgendwie stört es mich, dass da kein Geländer ist. Wenn sie vielleicht das, das passt doch ganz gut. Ja. Perfekt. Dann haben wir jetzt hier auch ein Geländer. Dann ist es zumindest ein bisschen sicherer für unser zukünftiges Kind. Wobei, wenn wir uns ehrlich sind, ein Kleinkind sollte auf diesen Treppen nicht unterwegs sein. Aber ja. Lou fühlt sich überraschenderweise kokett. Also er ist zwar angespannt wegen der Schwangerschaft von Iana, aber das ist ziemlich im Hintergrund. Also ich glaube, er kommt schön langsam damit klar. Und auf seinem Sozialhasen passiert was. Okay, er ist nur mit Iana befreundet. Es passiert doch nicht so viel. Aber ich schaue jetzt gleich mal, welche Karrieremöglichkeiten wir haben. Ich spiele nämlich ehrlich gesagt meistens ohne Karrieren. Oder halt wenn nur mit aktiven Karrieren. Deshalb weiß ich gar nicht, was wir da so für Optionen haben. Ja, also aktive Karrieren, glaube ich, passt dann bei ihm eher nicht. Bauplanungsingenieur? Okay. Naja. Geheimagent wäre vielleicht cool. Führe als Geheimagent ein Leben im Schatten. Bringe in das Hauptquartier des Gegners ein und verfeinere deine Verhörkunst. Je mehr du lernst, desto schwerer kommt man dir auf die Schliche. Berufszweig, Diamantagent und Schurke. Schurke wäre ja sehr cool, weil er ist ja kleptomanisch und irgendwie ein bisschen böse. Das würde ganz gut passen. Ansonsten finde ich jetzt nicht unbedingt etwas. Ja, Sportler würde ansonsten noch gehen. Verbrecher wäre natürlich auch eine Idee. Nicht jeder Sim will sich an die Regeln halten. Als Krimineller kannst du jede Menge Simulians scheffeln und Spaß haben. Berufszweig Boss und Orakel. Und dann haben wir hier noch ein paar Teilzeitjobs. Das wäre natürlich auch in Ordnung. Oder gibt es jetzt Videospiel-Streamer und Simfluencer? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist wirklich cool. Also ich glaube, das würde für die 100 Baby Challenge sehr gut passen. Aber gut, was passt für Lou? Also entweder eine dieser Teilzeitaktivitäten. Also dass wir sagen, er macht nur was nebenbei. So wie eben Fastfood-Angestellter oder Barista oder Angestellter im Einzelhandel. Ansonsten würde ich ihn noch in der Verbrecher-Karriere sehen. Oder als Geheimagent. Also das sind jetzt so die drei Optionen, die ich für ihn habe. Wie gesagt, schreibt mir eure Ideen auch gerne in die Kommentare. Ich warte da nämlich noch auf eure Meinung. Oh, und Diana fühlt sich jetzt auch traurig. Elterliche Sehnsucht, weil Eltern nicht besucht hat. Die Eltern von Diana möchten sie unbedingt sehen. Warum kann sie sich nicht ein wenig Zeit für einen Besuch nehmen? Oh, Diana. Bald, bald werden wir sie besuchen. Und bald wird alles besser versprochen. Oh no, auf einmal ist Diana in den Wehen. Wehen haben eingesetzt. Diana platzt vor Vorfreude, ihren Nachwuchs zu sehen. Oh oh, okay. Jetzt wird es ernst. Sie ist in den Wehen. Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell ins Krankenhaus. Okay, das schnell. Hier, Baby im Krankenhaus bekommen, mitmachen. Natürlich kommen wir mit. Und wir nehmen natürlich Lou auch mit. Und immerhin hat er zugestimmt, uns bei der Geburt zu begleiten. Und deshalb geht es jetzt auf ins Krankenhaus. Und Diana wird ihr erstes Kind auf die Welt bringen. Und hier sind wir. Herzlich willkommen in der Klinik. Du kannst es dir bequem machen und einen unserer Geburtshelfer fragen, wenn du etwas brauchst. Du kannst versuchen, einige Wehen fördernde Aktivitäten zu unternehmen. Wie zum Beispiel spazieren gehen oder Übungen auf einem Geburtsball machen. Die aktiven Wehen setzen ein, sobald der Muttermund 10 cm geöffnet ist. Ja, falls ihr euch fragt, womit das kommt, ich habe den Realistic Childbirth Mod in meinem Spiel. Ich finde den Mod absolut großartig. Also die Geburt ist jetzt sowas von realistisch. Aber ihr werdet es sehen, keine Sorge. Ich werde euch auf dieser Reise natürlich mitnehmen. Und ich schätze, wir starten gleich mal damit, dass wir Atemübungen machen. Und dann werden wir um eine Überprüfung der Weizung bitten. Ja, bitten wir einfach mal Mai. Die kennen wir anscheinend schon. Keine Ahnung, woher wir die Ärztin kennen. Äh, ja. Kann ich euch jetzt nicht sagen. Vielleicht kann sich jemand von euch noch daran erinnern. Finde ich sehr, sehr spannend. Wusste nicht, dass Iana so einflussreiche Bekannte hat. Also wie gesagt, bekommt Iana jetzt ihr erstes Baby. Und Teil der Challenge ist das ja, dass wir mindestens vier Kinder bekommen. Also wir müssen ja ein ganzes Wehrwolfsrudel zeugen, wenn man so will. Und ja, außerdem haben wir noch sehr viele andere Ziele. Und zwar müssen wir zwei Wehrwolfbestreben abschließen. Dann müssen wir unser Studium abschließen. Was ehrlich gesagt absolut nicht gut läuft, wenn wir uns ehrlich sind. Dann müssen wir Alpha im Rudel werden. Lykantropie und Erziehungsfähigkeit maximieren. Und eben noch vier Kinder bekommen. Also wir haben jede Menge Arbeit. Irgendwie habe ich das Gefühl, diese Challenge wird noch Jahre dauern. Und außerdem müssen wir Apex werden. Oh, wir haben sogar einen Fähigkeitspunkt. Und ich glaube, damit erlernen wir trübsinniges Heulen. Erlerne ein Heulen, das die Wut reduziert. Ein Wehrwolf zu sein ist hart. Und manchmal muss Iana einfach die Wahrheit rauslassen. Sie kann von Zeit zu Zeit ein trübsinniges Heulen ausstoßen, um sich zu beruhigen und ihre Wut zu zügeln. Ich glaube, das passt sehr, sehr gut. Denn wenn wir jetzt ein Kind haben, dann kann Iana sich nicht mehr die ganze Zeit in einen Wehrwolf verwandeln. Und der Muttermund ist erst einen Zentimeter geweitet. Das heißt, wir werden jetzt ein paar Aktivitäten machen. Wir werden jetzt einmal spazieren gehen. Gymnastikbälle gibt es hier leider nicht. Deshalb haben wir jetzt nicht so viel Auswahl. Aber auf jeden Fall werden wir öfter spazieren gehen. Und dann werden wir noch Atemübungen machen. Rory ruft uns jetzt an. Bella Grusel und ich hatten eine Menge Spaß zusammen. Danke für deinen Rat. Haben wir ihr geraten, sich mit Bella Grusel zu treffen? Darin kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern. Was macht Lou eigentlich? Alles klar. Er provoziert hier in irgendwelchen Internetforen, während seine Freundin Schmerzen hat und in den Wehen liegt. Wow. Oh. Oh mein Gott. Das ist doch Aluna. Was macht ihre Mutter hier? Hä? Das ist zu schräg. Genau das Gleiche ist bei der 100 Baby Challenge passiert. Also als da Emma ihre ersten Kinder bekommen hat und im Krankenhaus war, hatte sie nämlich zu ihren Eltern auch keinen Kontakt. Und da stand dann auch auf einmal ihre Mutter da. Okay. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wir werden jetzt mit Aluna sprechen. Und zwar werden wir jetzt einfach hingehen, unser Geheimnis ausplaudern. Dann werden wir sie fragen, ob sie überhaupt Enkelkinder möchte. Also ich meine, sie wird sehen, was los ist. Und dann werden wir einmal gemeinsam mit ihr schwingen. Was auch immer das ist, ich glaube, das beschleunigt die Geburt. Aber sie scheinen sich ganz gut zu verstehen. Ich glaube, Iana ist auch nicht böse. Also. Oh. Neue Enkelkinder. Iana hat Aluna gefragt, ob sie Enkelkinder haben möchte. Warum muss ich das jetzt beantworten? Aber okay. Ich möchte, dass sie sich wieder besser verstehen. Deshalb sage ich einfach, Aluna hätte sehr gern Enkelkinder. Rory ruft uns gerade an. Schon gehört. Das Malen von Bildern auf dem Romantik-Festival ist jetzt total angesagt. Hast du Lust, das mal auszuprobieren? Diese Wehrwölfe verwirren mich. Ich wollte immer, dass Iana und Rory zusammenkommen. Die beiden waren Endgame für mich. Sie wollte nichts von uns. Ich glaube, wir haben drei oder vier Mal versucht, sie anzuflirten. Sie hat das klargemacht. Sie will nichts von uns. Und jetzt bekommen wir ein Kind mit Lou. Dem anderen Wehrwolf im Rudel. Und dann möchte sie mit uns auf ein Date gehen? Nein. Rory, du hattest deine Chance. Dann werden wir ihr noch einmal den Tag verschönern. Dann werden wir einfach mal generell über Babys sprechen. Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass Aluna deshalb hier ist. Lou hat erfolgreich einen Gegenstand mitgehen lassen, ohne Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das Objekt befindet sich in seinem Haushaltsinventar. Nochmal, ich weiß nicht, was ihr so toll an Lou gefunden habt. Er ist noch nicht mal ein Tag in unserem Haushalt und hat schon Sachen geklaut. Ja, ich glaube, er muss in die Verbrecherkarriere. Ich glaube, das passt zu ihm. Ich judge ihn nicht. Das ist eben sein Charakter, sein Wunsch, sein Lebensstil. Er möchte Sachen klauen. Ich kann ihn nicht ändern. Iana kann ihn nicht ändern. So ist er eben. Ich glaube, Aluna ist einfach deswegen hier, weil sie sehr einflussreiche Kontakte hat. Also vielleicht kennt sie ja auch Mai und daher kennt Iana sie. Ich könnte mir vorstellen, dass Iana und Jason einfach sehr viele Freunde in sehr hohen Positionen haben und deshalb natürlich mitbekommen, wenn ihre Tochter ein Kind bekommt. Mir fällt gerade auf, Lou ist nicht gerade getarnt und Aluna steht daneben. Stell dich mal bei deiner zukünftigen Schwiegermutter vor. Ja, schnüffeln und vorstellen. Lou macht das, was er am besten kann. Seine Freundin blamieren. Oh, was halten die beiden voneinander? Oh, oh. Lou findet, dass Aluna verantwortungsvoll ist und Aluna findet Lou seltsam. Wow. Und er findet die Mutter seiner Freundin sehr attraktiv. Lou, das hättest du tatsächlich für dich behalten können. Aber zumindest findet er seine Freundin auch sehr attraktiv. Das beruhigt mich zumindest etwas. Aber die beiden scheinen sich sehr gut zu verstehen. Wobei, jetzt hat Lou eine Angst bekommen. Es ist beinahe so, als würde jemand sein Leben kontrollieren. Wird Lou seine Träume letztendlich verwirklichen können oder wird derjenige, der sein Leben kontrolliert, verhindern, dass seine Wünsche wahr werden? Sagt mal, gibt es bei Erwachsenen eigentlich auch andere Ängste? Irgendwie hat jeder einzelne meiner Erwachsenen-Sims diese Angst. Und langsam finde ich es ein bisschen nervig und unkreativ. Also ja. Man könnte sich da schon ein paar mehr Ängste einfallen lassen. Also wir können schon mal mit Sicherheit sagen, dass Aluna weiß, dass ihre Tochter mit einem Wehrwolf zusammen ist und das in Ordnung findet. Also vielleicht findet es sie ja auch in Ordnung, dass ihre Tochter selbst ein Wehrwolf ist. Aber das werden wir jetzt noch nicht herausfinden. Ich glaube, das werden wir erst in ein paar Parts dann wirklich sicher sagen können. Wir haben jetzt mitten in der Nacht. Jana ist gerade von ihrem Nepp aufgewacht. Und schon wieder haben wir die Benachrichtigung bekommen, dass Lou etwas geklaut hat. Hört einfach nicht auf, Dinge zu stehlen. Ich glaube, ich hatte tatsächlich noch nie einen kleptomanischen Sim. Also ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass er der Vater unserer zukünftigen Kinder sein wird. Und Lou, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Nicht sonderlich viel. Er findet es unglaublich cool. Wer ist denn das schon wieder? Und er hat jetzt jemanden kennengelernt. Die findet er natürlich auch wieder attraktiv. Ach, Lou ist auch irgendwie an allen weiblichen Wesen interessiert, die er kennenlernt. Ich weiß nicht, ob Iana und Lou Endgame sind. Also, ich kenne ja eure Meinung. Aber überlegt es euch nochmal. Was wissen wir über Lou? Er ist kleptomanisch. Er klaut gerne Sachen. Er findet alle Frauen, die er kennenlernt, unglaublich attraktiv. Und er ist eigentlich wütend darüber, dass Iana schwanger ist. Das einzig Sinnvolle, was er bis jetzt zustande gebracht hat, war, dass er bei uns eingezogen ist und uns sehr viel Geld mitgebracht hat. Wobei, das hat er vermutlich auch alles geklaut. Also, ja. Wie gesagt, überlegt euch das nochmal und schreibt mir eure Meinung gerne nochmal in die Kommentare, ob Lou und Iana wirklich zusammenbleiben sollen oder ob wir uns nicht besser doch jemand anderen suchen. Also, insgesamt muss sie ja vier Kinder bekommen, aber es hat doch niemand gesagt, dass es vom gleichen Mann sein muss. Also, schreibt mir eure Meinung sehr, sehr gerne in die Kommentare. Wie sieht es jetzt aus bei dir, Iana? Bald ist es soweit. Der Muttermund ist derzeit sieben Zentimeter geweitet. Aber wie ihr seht, dank dem Realistic Childbirth-Mod dauert die Geburt eine ganze Weile und deshalb werde ich den Part an dieser Stelle dann auch beenden. Und das war es dann auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, über jedes Abo und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!